hallo ihr weltenzerstörer abenteurer hobbystrategen und fantasy fans kurz gesagt alle gamer und gamerinnen dieser welt seid gegrüßt jede woche immer donnerstag gibt es im epic store ein paar leckere gratis spiele für euch die ihr euch safe für immer sichern könnt und das nur mit einem klick es waren schon spielegiganten wie arc survival reward borderlands und viele viele mehr dabei und damit ihr immer wisst was es gerade gratis bei epic gibt informieren wir euch jede woche mit einem kleinen info video darüber also abonniert diesen kanal und aktiviert die glocke damit ihr immer auf dem neuesten stand seit was epic wöchentlich für gratis leckerbissen für euch am start hat an der stelle würde ich mal sagen wir stürzen nach dem intro reine das massaker und schauen uns die spiele mal an bis gleich das gratis spiel diese woche bei epic ist stick it to the man stick it to the man ist ein adventure im comic look wo man echt denken kann die waren doch dicht beim programmieren dieses spiel leute ohne scheiß wer das gespielt hat der wird verstehen was ich meine es ist einfach nur kurios an der stelle es geht in diesem spiel um ray dem aus seinem kopf tentakeln wachsen ja wer hat das problem nicht das ist halt normal ich frage mich warum nicht so eine gedanken macht aber okay das ist halt so doch diese tentakeln haben es in sich mit ihnen kann er die gedanken lesen der npcs und sie haben auch telekinetische fähigkeiten haupt ziel in dem spiel ist es herauszufinden durch das gedanken lesen mit seinen kentakeln was die npcs brauchen um ihn das zu bringen ihr werdet merken dass stick it to the man an sehr schrulling humor hat das spiel ist leider komplett auf englisch doch der deutsche untertitel ist sehr sehr gut fazit alle die bock haben mal wieder herzhaft zu lachen und spaß an düsteren humor haben im adventure look mit etwas jump and run für die ist das spiel genau richtig ich liebe hot dog hot dog really can you hear this monkey brain secrets will be revealed steakers will get this seems very interesting so das war es auch schon wieder für diese woche wir hoffen wir konnten euch weiterhelfen mit unserem kurzen info video über die gratis spiele die es diese woche bei epik gibt im laufe der woche wird es von einem der beiden spiele noch ein angezockt bei uns auf dem kanal geben indem wir uns eins der beiden spiele ein bisschen genauer anschauen ich würde mich natürlich freuen wenn ihr auch da wieder mit am start seid infos dazu findet ihr in der infobox oder gleich im abspann wir zu diesen angezockt videos gelangt ich freue mich jetzt natürlich auch schon wieder auf nächste woche wenn es wieder heißt was gibt es gratis bei epik wir hoffen an der stelle dass das video euch gefallen hat wenn ja lasst uns daumen nach oben da ein abo ein kommentar scheiß egal wir freuen uns auf jeden fall und wir antworten euch an der stelle sage ich jetzt schon mal tschüss und bis zum nächsten mal